Yo Leute, was geht, Flakes hier. Im heutigen Video habe ich einen XXL OG Skin Contest veranstaltet. Ich will wirklich nicht zu viel verraten, aber es waren auf jeden Fall Skins dabei, die ihr noch nie gesehen habt. Lasst auf Ehre ein Like da und ein Abo und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Semlak und RealUkraine waren heute auch mit dabei und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Und tragt auf Ehre meinen Creator Code Flakes im Itemshop ein. Kuss geht raus an jeden, der es macht. Okay, Freunde, wir machen bei Flakes seinen Skin Contest mit. Er macht gerade das Thema OG Skins und ich sehe hier schon einen richtig guten Skin. Dort hinten ist sogar RealUkraine, er hat auch einen guten Skin, aber ich sage mal so, ich habe den besten Skin. Ich habe einfach einen Vokula-Fatzke-Skin. Naja, ich hoffe einfach, er lässt mich weiter. Freunde, ich bin hier gerade beim Skin Contest von Flakes dabei und das Thema ist OG Skins. Schaut euch den einfach mal meine Kombo an. Die Flügel von Season 3 vom Amor-Set mit meiner Spitzhacke, die Prisma-Spitzhacke, schon so lange nicht mehr im Shop gewesen. Plus die Funkel-Spezialistin, die einfach in dem Season 2 Battle Pass drin war. Also, Freunde, ich glaube, wir werden das ganze Ding gewinnen. So, wir haben uns jetzt alle hier positioniert. Der Skin Contest kann beginnen. Selten oder OG ist das Thema. Und der erste Kandidat kann jetzt reinkommen. Let's go. Wir gucken einfach mal, was wir hier so haben. Wir haben eine No-Skin am Start. Grüne Lackierung passt komplett null. Dann haben wir hier so ein schwarzes Backbling. Ich muss ja sagen, ich liebe No-Skins über alles, aber da hätte es schon eine bessere Kombo sein müssen. Mach mal deine Spitzhacke raus. Was für eine Spitzhacke hast du? Ein Schwert würde ich auch sagen, dass es nicht zum No-Skin passt. Tut mir leid. Muss ich leider ausscheiden lassen, den No-Skin. Tut mir echt leid. Oh, der hat den ersten rausgeholt. Ja, moin. Was macht der Typ denn da? Will der einen Headshot oder wie? Und der nächste kann jetzt reinkommen. Let's go. Bin gespannt, was wir heute hier für Skins... Oh, warte mal. Ich muss sagen, diesen Skin sieht man echt sehr, sehr selten. Hat hier eine Schatzkarte in der Hand. Nimm mal deine Spitzhacke in die Hand. Also alle, die jetzt auch rauskommen, bitte die Spitzhacke in der Hand haben. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Das passt irgendwie nicht. Ist alles irgendwie so Weltraum-mäßig. Aber keine Ahnung, ob ich das durchgehen lassen soll. Die Kombo passt auch irgendwie nicht. Komm, wir machen eine Ausnahme. Du kannst weiter. Let's go. Der nächste kann kommen. Let's go. Alle bitte mit der Spitzhacke. Oh. Oh. Okay, warte mal, warte mal. Dein Backbling muss ich mir anschauen. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ist auch nicht vom Set. Travis Scott wird auch so langsam OG. Und bis der schwarzen Witwe. Das Erntewerkzeug ist auch sehr, sehr selten. Du kannst weiter. Direkt weiter. Let's go. Wen haben wir denn da? Irgendwie so einen Drift-Skin auf... Ähm, hier, ähm, asiatisch angelehnt. Ich muss sagen, alles in rot gehalten. Die Lampe passt dazu. Spitzhacke hat auch irgendwie so rote Akzente. Kannst auch weiter. Let's go. Let's go. Nächster kann rein. Let's go. Oh. Wir haben wie... Oh, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Skin. Den sieht man, muss ich sagen, auch nicht so oft. Aber es ist kein seltener Skin. Aber ich muss sagen, weil man den nicht so oft sieht. Komm, du kannst auch weitergehen. Und die Kombo ist halt auch mega nice. Nächster kann rein. Let's go. Let's go. Jetzt haben wir hier einen DJ Lama Skin. Ich weiß nicht, ob das vom Set ist. Das ist doch safe vom Set, die Spitzhacke. Und ich habe gesagt, wenn man irgendwas vom Set hat, das zählt nicht. Ich glaube, die Spitzhacke ist vom Set. Tut mir leid, Bro. Tut mir echt leid, Max. Let's go. Der Nächste. Er hat schon ein paar Leute durchgelassen und ein paar Leute haben schon verkackt. Aber ich komme 100% weiter. Ich sage euch so, wie es ist. Und vor allem, weil ich ganz hinten stehe und niemand meinen Skin hat. Wen haben wir denn hier? Neo Versa Skin. Das ist ein seltener Skin. Ich weiß aber nicht, ob das Backbling vom Paket ist. Ist das... Nein, ist nicht vom Paket. Okay, die Golfhacke ist halt so mäßig Schwitzer Skin. Hat silberne Akzente, blaue Akzente, passt zum Skin. Du kannst weiter. Let's go. Okay, was haben wir denn hier? Hier so eine Vogelscheuche. Das ist auch ein Paket. Aber Backbling ist so von den Spinnenskins. Okay, sieht man auch nicht oft, muss ich sagen. Die Sense sieht man auch nicht oft. Und es passt auch alles ganz gut zusammen. Du kannst weiter. Let's go. Ja, mit diesem Tanz komme ich safe weiter. Also, wenn er den nicht feiert, der ist ja mal übel, so Gigi, dieser Tanz. Alter, das wird ja heute richtig schwer. Wie viel ich hier weiterlassen muss. Holy moly. Hier haben wir so einen bunten Skin, den man damals bei einem Cup bekommen konnte. Aber der war auch wieder im Shop. Ich muss sagen, es passt alles zusammen. Ja, oh mein Gott. Die Spitzhacke vom Einhorn passt hier halt mega mit dazu. Und dann haben wir hier noch irgendwie so einen Kopf. So einen linanen Roboter-Kopf. Ist halt jetzt auch kein OG-Skin oder so. Aber sieht man halt sehr, sehr selten im Spiel. Deswegen kannst du weiter. Let's go. Ich muss echt strenger sein. Und jetzt haben wir hier eine Elite-Agentin am Start. Wie soll ich da denn streng sein? Okay, die Schleife in schwarz. Dann haben wir eine schwarze Spitzhacke. Ich muss sagen, Elite-Agentin ist OG. Hat natürlich einen Vorteil. Du kannst weiter. Let's go. Dann, wen haben wir denn hier? Hier haben wir den Spinnen-Ritter-Skin. Ist halt auch alles nicht selten. Aber sieht man halt nicht oft im Spiel. Aber der Bleistift, die Spitzhacke, die ist schon sehr, sehr selten. Dann haben wir hier einen Backblink mit irgendwelchen Dingern drauf. Okay. Okay, gleich bin ich dran. Ich hoffe, ich kann mit meinem Skin punkten. Ich wurde gesniped. Let's go. Okay, von wo wurde ich gesniped? Oh, ich werde einfach stream-sniped, als wenn ich so berühmt bin. Ich habe auch immer ausgerechnet auf mich, Junge. Allmal Hashtag Stream-Sniper-Ehrenlos in die Kommentare. Okay, Freunde. Wir werden den Stream-Sniper töten. Der kriegt jetzt Rache, Mann. Komm her. Ah, du Noob, du Noob, du Noob, du Noob. Okay, Freunde, wir tanzen noch ganz schnell. Keine Ahnung, was Semlack da hinten macht. Ich muss aber sagen, der Skin, der gefällt mir nicht so. Der gefällt mir nicht so. Das ist auch nicht der seltene Spinnenritter. Oder ist es dieser seltene Spinnenritter? Dieser Xbox-Skin? Nee, oder? Das ist nicht der. Doch, das ist der. Wenn das der seltene ist, dann kann der weiter. Also, du darfst jetzt entscheiden. Ich bin mir nicht sicher. Der hat ja verschiedene Stile. Der ist ja eigentlich so weiß-grün. Ja, das ist der. Okay, dann kannst du weiter. Let's go. Okay, wen haben wir hier? Den roten Skin. Auch mit der Bleistift-Spitzhacke. Und hier ein Astronauten-Backbling. Ich muss sagen, den Bleistift haben wir schon gesehen. Nee, nee, nee. Oh, tut mir leid, Didi. Tut mir leid. Ey, das habe ich jetzt nicht so gefühlt, die Kombo. Die habe ich wirklich nicht gefühlt. Okay, hier haben wir... Oh, wie heißt der? Irgendwie so Snake-Skin? Hat hier so Ninja-Spitzhacken. Sieht man auch nicht oft. Und die Kombo passt eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Du kannst weiter. Let's go. Wie viel haben wir denn hier noch überhaupt? Alter, so viele. Ich muss aussortieren. Ja, okay. Da brauchen wir nicht lange reden. ACDC, Schwarzer Ritter, Backbling. Dann haben wir hier den blauen Knappen. Ey, was soll ich dazu sagen? Direkt weiter. Weiter. Let's go. Oh, okay. Abtrünniger Agent mit der Bleistift-Spitzhacke. Und dann haben wir hier vom Twitch-Prime-Paket das Backbling. Ist auch alles selten. Ja, sieht man nicht oft. Und du kannst natürlich weiter. Ich muss nachher echt aussortieren und bin echt gespannt, was ihr nachher alle für Emotes und Tänze habt. Holy moly. Okay, den Rabenskin. Ah, da waren die ganzen anderen Skins natürlich besser. Dann haben wir hier die Arcs. Die Kombo passt halt null. Ich muss sagen, die passt null. Okay, dieses Lila mit den Augen. Okay. Aber der Skin ist halt nicht selten. Tut mir leid. Tut mir leid. QW-RP. Schade. GG-Skin raus an dich. Let's go. Oh. Black Manta heißt der, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ist ein sehr, sehr hässlicher Skin. Muss ich sagen. Aber hier geht es ja nicht um Schönheit oder Hässlichkeit. Hier geht es um die Seltenheit. Mal gucken. Für ein Backbling. Blau. Blau passt halt null, ne? Eher so rote Akzente, muss ich sagen. Aber der Skin ist halt, sieht man nicht auf. Du kannst weiter. Let's go. Wir müssen hier schnell machen. Schnell, schnell, schnell. Okay, was haben wir? Ja, okay. Alien-Skin. Sieht man nicht oft. Sieht man nicht oft. Aber ist halt vom Battlepass, ne? Ist halt irgendwie, den hat fast jeder. Tut mir leid, schnuffduff. Okay, ich habe eine richtig coole Idee. Das Ding ist, ich glaube, Flakes wird mich töten. Weil mein Skin ist nicht der Bess. Darüber müssen wir nicht reden. Aber vielleicht kann ich ihn ja bestechen. Ich habe viele Mets, ich habe 500 Steine und ich habe 400 Metall. Also, ich glaube, dann könnte ich ihn dann bestechen. Okay, ich bin gleich dran. Ah, bitte, bitte. Er hat ihn nicht weitergelassen. Naja, das ist gar nicht gut. Okay. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich gehe rein und let's go. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Fukuhila-Fratze. Okay. Ist ein sehr seltener Itemshop-Skin. Okay, was sagt er zu meinem Skin? Ich shoppe mir schnell mal alle meine Mets. 900, komm. Konnte ich ihn damit bestechen? Wir gucken mal. Oh, Boogie. Boogie-Bomb-Bag-Bling. Mikrofon. Ey, ich muss halt sagen, das passt halt komplett. Das passt einfach so auf DJ 80er-Jahre-Style angelehnt. Geh weiter, komm. Ich, es hat's gereicht. Ja, let's go. Und wie viele haben wir hier denn noch? Drei Stück, vier Stück. Elite-Agentin. Wir müssen jetzt schnell machen. Elite-Agentin weiter. Die gucke ich mir jetzt nicht so genau an. Dann haben wir hier noch einen Orange. Den Skin ist, glaube ich, Battle Pass. Muss ich leider rausnehmen. Wir müssen hier ein bisschen aussortieren. Den hat man auch freischalten müssen. Haben nicht viele gemacht. Und Spitzhacke und Backbing, mega nice. Okay, Freunde. Dieser Skin ist 100% draußen. Den sehe ich in jeder Runde. Den sehe ich in jeder Runde. Der kann doch nicht weiterkommen. Hat ihn weitergelassen? Okay, was sagt er zu mir, Freunde? Was sagt er zu mir? Oh, Funkel-Spezialistin. Wen haben wir noch? Niemand mehr? Funkel-Spezialistin muss ich logischerweise auch weiterlassen. Okay. Bin ich weiter? Ja, ich glaube, ich bin weiter. Wir gehen direkt in die nächste Zone. Und jetzt müsst ihr mit den Tänzen punkten. Let's go. Wir gehen hier weiter. Ich hoffe mal, der Mord wird reichen, um weiterzukommen. Aber ich bin mir dabei nicht so ganz sicher. So, jetzt müsst ihr mit einem Tanz punkten. Let's go. Das muss jetzt alles schnell gehen. Lasst euch keine Zeit. Macht direkt einen Tanz. Wir haben hier Travis Scott. Was für ein Tanz. Oh, das ist von Black Widow. Ist ein OG-Tanz. Du kannst weiter. Let's go. Wen haben wir hier? Das ist jetzt der Twitch-Prime-Tanz. Let's go. Du kannst weiter. Was machst du für ein Tanz? Oh, die Hexe. Das ist auch sehr, sehr selten. Weiter. Ey, ihr seid alle so gut. WTF, was wird das für ein Skin-Contest? Ihr könnt alle reingehen. Ihr müsst nicht warten, bis ich sage. Einfach reinkommen und tanzen. Aha, ich weiß nicht. Ist das selten? Nee, würde ich jetzt nicht sagen, Max. Tut mir leid, wir müssen aussortieren. Das hat mir auch irgendwie nicht so gefallen. Nee, hat mich auch jetzt nicht überzeugt. Ja, na, tut mir leid. GG's gehen raus. Alle direkt reinkommen. Ah, du kannst direkt weiterlaufen. Ich weiß, dass der selten ist. Let's go. Und wir haben den genau perfekten Tanz. Den Wurm, okay? Er ist jetzt nicht der krasseste Tanz, aber er muss mich eigentlich weiterlassen, weil es ist ein OG-Tanz. Und die restlichen Tänze, die lasse ich noch für später übrig. Ähm, ja gut. Obwohl, ich weiß nicht, ob das so selten ist. Tut mir leid. Direkt weiter. Was haben wir? Oh, sauber Emote. Das ist selten. Let's go. Weiter, weiter, weiter. Hier kommt der OG Pony Red. Kann auch direkt straight durchlaufen. Let's go. Ist sehr, sehr selten. Dann Funkel-Spezialistin. Ja, war ja klar. Kannst auch weiter. Und? Ja. Na? Let's go, Freunde. Wir sind weiter. Okay, wir sind gleich dran. Er hat mich vorgelassen. Nein, 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 nein. Okay, okay. Den wird er nicht weiterlassen. Ich wusste es. Oh, jetzt kommt meiner. Der Twist. Let's go. Was macht er für einen Twist? Ja, passt halt zum Skin, ne? Passt zum Skin. Kannst weiter. Er hat mich weitergelassen. Let's go. Ich wusste es. Also, der Mod war wirklich geil. Okay, was haben wir hier für einen Tanz? Ah, nee, Halloween. Passt nicht zum Skin-God-Mode. Tut mir leid. Ich muss jetzt aussortieren. Let's go. Oh, der ist halt nicht selten, der Tanz. Aber der Skin gefällt mir als... Oh, ich weiß es nicht. Ah, weil der Skin so gut ist. Weiter, weiter. Okay, der Spinnenritter nochmal. Komm her. Tut mir leid von gerade eben. Was hast du gemacht? Okay, komm. Geh weiter. Du darfst diesmal weiter. Ist das selten? Nein, das ist doch nicht selten, oder? Das war nicht selten. Was ist das? Okay. Komm rein. Ja, okay. Tut mir leid. Oh, Chrissy. Tut mir leid. GG. Wir machen jetzt ein Tanz-Battle. Oh, 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 Freunde. Jetzt kommen die Tanz-Battle. Ich muss mir einen richtig Scheißgen raussuchen, damit ich auch gegen ihn gewinnen kann. Wisst ihr? Jetzt bin ich hyped. Jetzt entscheidet sich, glaube ich, alles. Ihr könnt direkt starten. Okay. Neo Versa. Okay. Ah, ich weiß es nicht. Was gefällt mir da mehr? Ah, Travis Scott ist halt übel selten. Aber der Tanz passt halt nicht zu ihm. Drip Rowley. Dann macht ihr zwei. Let's go. Okay. Beste Kumpel und. Okay. Und Emote. Ich mache mal den Default-Emote. Wenn der. Oh, er tut so viele. Nein, nein. Ey, das ist mein Ende, Freunde. Ich sage es jetzt offen und ehrlich. Okay. Ich werde ein Default-Emote machen. Und wenn das nicht klappt, dann mache ich den Victory-Royale-Emote. Ah, da würde ich sagen. Ja. Tut mir leid. Da passt das andere besser. Let's go. Wir haben es weiter geschafft. Und, ähm, abtrünniger Agent. Let's go. Ihr zwei. Oh, Loser-Dance. Loser-Dance nimmt halt komplett die Ehre von ihm, ne? Dann macht jetzt der Fukuhila-Fratze mit dem hier. Perfekt. Ey, komm schon. Mein Emote ist doch zehnmal so gut. Klatschen. Oh, das überzeugt mich jetzt gar nicht, ne? Macht mal beide noch einen Tanz. Es muss halt... Oh, okay. Schon besser. Ich mache einen zweiten Emote. Ich mache diesen Victory-Royale. Oh, oh. Er macht halt... Oh, das hat er... Oh, das ist nice. Das ist nice. Er hat sozusagen den epischen geholt. Damit muss er mich weiterlassen. Und wenn nicht, dann mache ich noch diesen Standard-Dance. Let's go. Wir haben es geschafft. Okay. Und jetzt macht ihr zwei nochmal. Let's go. Der ist halt komplett selten. Belle-Air hat halt alles auseinandergenommen. Tut mir leid. Es geht hier nach Seltenheit. Okay, jetzt müsst ihr alle einen Emoji in die Luft werfen. Einen Sticker machen. Den ihr so hochwirft. Okay. GG ist nicht selten, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ah, ja. Disco passt halt schon eher. Was macht er hier? Wir machen einen Pin. Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Einen Pin, einen Pin, einen Pin, einen Pin. Hol Pins. Ich könnte halt den hier machen, ne? Ich könnte halt den hier machen. Okay, er macht hier diesen Kuchen-Emote. Diesen Muffin. Ich weiß es nicht. Okay, jetzt muss ich halt echt aussortieren. Bleibt mal alle auf einem Fleck, damit ich euch alle sehen kann. Er macht den Bush-Camp-Emote. Gefällt mir sehr. Okay, Neo-Versa hat mich ein bisschen enttäuscht. Leute, was passiert hier? Oh, einer ist draußen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin auf jeden Fall weiter mit diesem Sticker hier. Der war richtig, richtig geil. Okay, Freunde. Ich werde das hier alles, ich werde das hier schaffen. Jetzt nehmen wir noch ein, zwei, drei, vier, fünf Leute. Nee, nur noch vier Leute. Okay, was ist als nächstes dran? Macht mal alle einen Spray. Ihr vier Stück macht jetzt einen Spray. Irgendwie an der Wand. Kommt, hier sind Wände. An eine Wand. Okay, sie macht hier irgendwie Notfall. Irgendwie hier so einen gelben. Was macht, äh, hier, was machen die zwei? Oh, Llama-Spray. Komplett selten. Komplett selten. Okay. Boah, der Tiefersit komplett. Sie macht hier halt einen Kussi-Mode, was halt dazu passen soll. Aber es geht hier ja um Seltenheit. Wir warten nochmal auf diesen Kandidaten hier, was er jetzt macht. Okay, okay. Ich muss jetzt schnell nachdenken. Welcher Spray ist OG? Nein, nein, nein. Er ist an mir dran. Den hier. Komm schon. Das ist mein bester Spray, den ich hab. Was soll denn das sein? Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Wirklich jetzt. Passt halt zum Skin. Ich muss sagen, die anderen Skins sind halt alle seltener als der hier, ne? Äh. Tut mir leid, Samlack. Nein. Ja, ich bin draußen. Das ist gar nicht gut. Aber wir haben es richtig weit geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es so weit schaffen. Die anderen Skins sind halt viel, viel seltener, ne? Die haben dich ein bisschen hops genommen. Jetzt, ihr drei, macht mal wieder einen Tanz. Aber einen, den ihr noch nicht gemacht habt. Oh, nice. Gefällt mir. Robodance. Okay. Wir müssen in die Zone laufen. Was hat sie gemacht? Oh. Digga, er nimmt ja alles hops. Das ist der seltenste Itemshop-Tanz. No way. Okay, warte, warte. Roboter. Da muss ich leider Roboter raushauen. Tut mir leid, Sheo. Tut mir echt leid. Und jetzt haben wir hier die Funkel-Spezialistin und den blauen Knappen. Der hat halt komplett seltene Tänze rausgeholt. Digga, der ist so krass. Jetzt macht einfach irgendwas, womit ihr punktet. Einfach irgendwas machen, womit ihr mich überzeugt. Egal ob Graffiti, egal ob Tänze, egal ob irgendwas, was die hier so machen. Aber ich glaube, der blaue Knappe hat halt schon alles rausgeholt, ne? Der hat halt den seltensten Itemshop-Tanz. Ich muss sagen, ja. Ja, wie du, Rainer, tut mir leid. Zweiter Platz für dich. Er war so krass. Und der blaue Knappe hat gewonnen. Er kann uns alle umbringen. Let's go. Wer war es? Es war anonym. Leider wissen wir jetzt nicht, wer er wirklich ist, ne? Das ist jetzt blöd, weil wir den Namen nicht sehen. Aber wir schauen jetzt einfach im Wiederholungsmodus nach. Wer da gewonnen hat, GG an den blauen Knappen. Hatte richtig viele seltene Tänze, seltene Emotes. Alter, das war krank. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like da und ein Abo für mehr Skin-Contest-Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein. Euer Flex. Ciao.